Freude der totalen Sonnenfinsternis, willkommen zurück bei Mederchemie, hier ist Weg für euch am Mikrofon und das ist ein spontaner Live-Mitschnitt, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, vor einigen Monaten hat Dero Goy, der Sänger von UMPH, Ex-Sänger von UMPH, ihr habt richtig gehört, zu Jesus Christus gefunden, er ist nicht nur evangelisch oder katholisch geworden, er ist evangelikal geworden, das heißt bibeltreu, strenggläubig, wie manche sagen würden oder wie ich sagen würde, einfach nur leichtgläubig, aber ich habe damals schon ein Video darüber gemacht, nämlich hier, da könnt ihr es sehen, Dero UMPH, nun bekehrter Christ, meine Erfahrung mit Freikirchen und Evangelikalen, da habe ich hauptsächlich nur meine persönlichen Erfahrungen verarbeitet, habe am Ende jedoch auch die Frage gestellt, kann so ein bekennender Christ, ein neugeborener Christ, tatsächlich Sänger dieser Band UMPH sein, die für ihre antireligiösen Texte, ja vielleicht, möchte ich sagen, gottesfeindliche Texte, das ist ein bisschen hart formuliert, aber einigen wir uns mal auf diesen Begriff, gottesfeindlich, obwohl er es jetzt vielleicht nicht unbedingt scharf ist, aber Gott ist ein Popstar, ist das kein gottesfeindlicher Text, ich weiß es nicht, kann ein bekennender Christ, Sänger dieser Band sein, nach meiner Meinung, nein, in diesen Interviews, die ich hier kommentiert habe, hat Dero sich noch so ein bisschen larifari geäußert, na mal gucken, was kommt, aber da habe ich schon gesagt, Leute, da steht ein fettes Label dahinter, Napalm Records, da steht eine fette Band dahinter, sie haben Platz 1 mit ihrem letzten Album geschafft, da sind die Gespräche schon am Laufen und über eins sind sie sich alle einig, sie müssen schweigen, aber mehr zu dem Austritt und was für Informationen ich vermute es dazu geben kann, also Spekulationen, Informationen, ja, mehr nach dem Intro. Freunde, wer mehr Aussetzer von mir sehen möchte, gerne abonnieren, liken, das hilft mir, so ein kleiner YouTuber wie mir, ach, jeder Daumen nach oben, das beschert mir Freude und hilft mir, mich im Joghurt-Algorithmus so ein bisschen durchzusetzen, ja, Dero ist nicht mehr Mitglied von UMF, ich finde, das ist ein hartes Stück Brot, irgendwie haben wir es doch alle erwartet. Und doch ist es schwer zu verdauen, das ist mein Feeling. Wie ihr darüber fühlt, das würde ich gerne mal in den Kommentaren lesen, denn ich finde, UMF ist so genial, gerade aufgrund ihres Sängers und jetzt fällt er weg. Was gab es denn für ein Statement? Nach, seit dem 30. September 2021 ist Dero nicht mehr Teil der Band UMF. Wir alle drei bedauern, dass wir es trotz größer Anstrengung nicht geschafft haben, die Band in dieser Konstellation zu erhalten. Da haben wir es, trotz größer Anstrengung. Wir können uns sicher sein, hinter den Kulissen haben die Gespräche stattgefunden. Wie kriegen wir das jetzt beisammen? Du bist gläubiger, bekennender Christ, evangelikal. Freunde, das bedeutet wirklich, es gibt Leute, die denken, die Welt ist in sechs Tagen erschaffen. Davon meinen einige sogar noch, die Welt ist eine Scheibe. Andere sagen, gut, es sind 6000 Jahre und es gab diesen Intelligent Designer, also Gott, der das alles so kreiert hat, wie wir die Welt kennen und dann geht auch schon bald wieder diese Welt unter. Und es ist so passiert, wie es in der Bibel steht. Auf jeden Fall, es war klar, dass es ihm nicht lange in dieser Band hält. Eben, wie eben genannter Text, Gott ist ein Popstar. Das wird doch niemals mehr live singen können oder ähnliche Texte, ja. Wir haben gemeinsam vereinbart, dass Flux und Crap die Band UMF weiterführen und wünschen uns gegenseitig für die Zukunft alles Gute. Okay, das heißt, die anderen beiden können die Band weiterführen. Meine Frage an euch, wie groß ist bei euch noch das Interesse an dieser Band, wenn Dero Goy fehlt? Mein erstes Feeling war, dann brauche ich auch UMF nicht, ja. Dero, der hat diese Band einfach repräsentiert. Der hatte eine Stimmgewalt gehabt, wie zum Beispiel ein Alex Wieselski von Eisbrecher. Er konnte mit seiner Stimmfarbe variieren, wie der Sänger von Megaherz, der Lex, oder konnte Stimmung rüberbringen, wie ein Till Lindemann. Ja, klar, die drei sind natürlich Spezialisten auf diesem Gebiet, aber Dero Goy konnte von allem ein bisschen und war dadurch sehr weit bewandert. Die Texte natürlich, die waren ausbaufähig, aber ansonsten, hey, er hat eine starke Leistung hervorgebracht, das muss man sagen. Und wie will man diesen Kerl ersetzen? Ja, er seit über 30 Jahren Sänger dieser Band und präsentiert diese Band. Für mich persönlich ist das nicht möglich. Ich finde es schade. Wie gesagt, ich hatte das in diesem Video auch erwähnt. Ich habe persönlich nur negative Erfahrungen mit Evangelikalen gemacht und dass gerade jemand wie Dero Goy, ja, seine Biografie, ich möchte die jetzt hier nicht wiederholen. Ich habe es schon in diesem Video gesagt, sie ist wirklich sehr tiefgreifend und was er erzählt hat, ist sehr intim. Das kann nur er persönlich erzählen, auch wenn es öffentlich erzählt hat. Schaut euch die Interviews an oder schaut euch mein Video an. Aber naja, er findet Trost in dieser Religion. Er meinte, er hatte schon immer dieses Loch in sich gefühlt und hat es immer versucht zu stopfen und es ging nicht. Es war alles vergänglich auf dieser Welt und Gott Jesus haben ihn diese Erfüllung gebracht. Ja, mag sich jeder so sein Urteil dazu bilden? Ich habe mein Urteil, ihr habt euer Urteil. Was mich interessiert ist, wenn die beiden diese Band weitermachen dürfen? Das passiert nicht ohne. Wie gesagt, da steckt ein fettes Geschäft dahinter, ein fettes Label, eine fette Band und Geld. Es ist bei aller Liebe zu Musik, es geht auch um Geld und auch bei Dero Goy zu all seiner Liebe, zu Gott und Jesus und diesen toll und diesen super. Ja, aber am Ende des Monats hat Gott noch nie die Stromrechnung bezahlt und Jesus hat noch nie die Brötchen beim Bäcker bezahlt. Ja, das heißt, es muss irgendwie Geld reinfließen. Entweder haben sie sich darauf geeinigt, dass Dero Goy noch bestimmte Anteile bekommt, Tantiemen, Prozente von den verkauften Songs, Downloads, CDs. Allerdings ist es dann nicht ein bisschen heuchlerisch, wenn man sagt, ich bin bekennender Christ, ich habe zu Jesus Christus gefunden und möchte trotzdem weiterhin mit dieser antireligiösen oder gar gottfeindlichen Musik, ein sehr scharfes Wort, ich weiß, aber mit dieser gottfeindlichen Musik Geld verdienen? Kann ich monatlich meine Miete oder meine Kredite bei der Bank bezahlen, wenn ich weiß, das habe ich mit der Musik von umverdient? Mit Musik, die sich gegen das Christentum richtet, mit Musik, die sich gegen den Glauben an Gott richtet? Also, wenn Dero Goy gesagt hat, nein, ich möchte es nicht, ganz ehrlich, dann ziehe ich meinen Hut und sage allergrößten Respekt. Dieser Mann steht zu dem, was er sagt. Er sagt, ich bin bekennender Christ und ich möchte mit dem Geld, was von Umpf abfällt, nichts mehr zu tun haben. Wisst ihr was? Ihr könnt euch freikaufen. Ihr könnt diesen Namen Umpf kaufen. Ihr könnt die Rechte an die Musik kaufen, auch an die unveröffentlichten Songs, Texte, die ich geschrieben habe und irgendwo in der Schublade liegen. Hier habt ihr alles. Gebt mir Geld und wir gehen unsere Wege. Sie schreiben ja auch, ne? Flux, Crap machen weiter und wir wünschen uns gegenseitig alles Gute. Das heißt, sie sind im Guten auseinandergegangen. Sie werden sich geeinigt haben. Dieser was vermutet ihr? Möchte Dero Goy sagen, ich lebe jetzt für Gott und ich lebe für Jesus oder vielleicht für meine Gemeinde, die ich jetzt gefunden habe und das mit dem Geld von Umpf, ja? Wo Gott verunglimpft wird, wo Religionen verunglimpft werden oder im Speziellen das Christentum? Oder hat Dero gesagt, bezahlt mir eine Summe, Freunde und ihr habt alle Rechte. Was mich auch interessiert, ich habe versucht herauszufinden, Napal Records und Umpf, auf wieviel Jahre, auf wieviel CDs haben die sich geeinigt? Ich konnte es nicht herausfinden, aber ich denke mal, es wird vielleicht ein Vertrag sein von vielleicht drei CDs plus nochmal eine Live-CD oder eine Best-Of-CD oder irgendetwas. Er wird sich auch irgendwie mit Napal Records geeinigt haben, denn dadurch, dass er diese Band verlässt, hat er diese Band massiv entwertet, denke ich. Also ich meine, er hat diese Band dadurch massiv entwertet. Ich habe es euch schon gesagt, denn Umpf ohne Dero ist irgendwie nicht Umpf. Wenn man die anderen beiden ausgewechselt hätte, naja, naja. Aber ich bin mal gespannt, was hinter diesen Kulissen passiert ist. Ja, ganz viele Spekulationen, das ist mein Statement dazu, meine Gedanken. Ich hoffe, er steht zu sein Wort und sagt, ich bin Christ, die Songs von Umpf, mit denen habe ich nichts zu tun, behaltet das Geld, wir einigen uns auf eine Einmalzahlung und wenn es doch andersrum gemacht hat, wenn er weiter in Tantiemen von Umpf bekommt, ganz ehrlich, dann fehlt mir der Respekt für diesen Mann. Ja, Freunde, mich interessiert, wie gesagt, was ihr dazu denkt. Schreibt es in den Kommentaren. Das war ein Live-Mitschnitt. Gnadenlos mit allen Fehlern und Versprechern hochgejagt und ach komm, hör auf. Hier findet ihr zwei weitere Videos von mir. Ich bin Weg von Mera Chemie. Abonniert meinen Kanal. Es würde mich riesig freuen. Und ja, ihr habt gemerkt, ich war die letzten Wochen nicht online. Hier ist viel passiert. Ich musste mir um einige Sachen klar werden, Gedanken machen. Mehr dazu in den nächsten Tagen. Bis bald. Euer Fick, die Meta Chemie. Äh, Wick von Meta Chemie. So, ciao. Tschau.